Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Javascript. Heute geht es um Booleans. Die sind wirklich sehr wichtig und eigentlich gar nicht so kompliziert wie man immer denkt. Also schön dabei bleiben, nicht gleich wieder wegschalten, nur wenn ihr das Wort nicht kennt. Und zwar es geht um ja Wahrheitswerte im Prinzip. Damit kann man sehr sehr viel machen. Das naheliegendste wäre Verzweigung. Die werden wir uns dann im nächsten Video anschauen. Aber jetzt geht es erstmal um die Wahrheitswerte. Mit denen kann man wie gesagt extrem geile Sachen tun. Und zwar werden wir jetzt erstmal hier in unseren, wir werden jetzt ein, ähm, nennen das ganze Ding einfach mal Boole. Und jetzt machen wir hier eine Boole-Sche-Variable draus. Also ein String ist keine Boole-Sche-Variable. Eine Boole-Sche-Variable ist entweder wahr oder falsch. Ja oder nein. An, aus, das wäre so die typischen Beispiele. Aber normalerweise schreibt man es als True oder False. Und genau so kann man das einfach schreiben. Wir können hier jetzt einfach mal standardmäßig auf True setzen. Und True ist dann eben wahr. Das bedeutet, es ist tatsächlich so. Wohingegen False wäre das Äquivalent dazu. Das wäre falsch dann. Okay. Und jetzt kann man damit verschiedene tolle Sachen machen, wie zum Beispiel, wir können auch einfach einen Vergleich hier einsetzen. Also wir können nicht direkt sagen, es ist wahr oder falsch, sondern wir setzen einen Vergleich ein. Dazu brauchen wir in JavaScript aber leider noch ein bisschen mehr. Dazu müssen wir nämlich hier Boole-Sche-Variable aufrufen und dann Klammer, Klammer. So. Und jetzt sagen wir zum Beispiel 42 gleich 1337. Und lassen uns das Ganze mal ausgeben hier. Nehme ich unseren Boole, den wir hier ausgeben wollen. So. Und dann schauen wir uns mal an, was bei rauskommt. So. Wir sehen, dass nichts rauskommt. Und das ist auch schon das Große, was ihr euch unbedingt merken müsst. Ihr könnt keinen Vergleich mit einem einfachen Istgleich machen. Das habe ich jetzt tatsächlich extra so gemacht. Nicht, dass ihr denkt, das war ein Fehler oder sowas. Wenn ihr einen Vergleich machen wollt, dann braucht ihr zwei Istgleichs oder sogar drei. Bei drei prüft ihr auch noch den Typ. Damit haben wir uns noch nicht befasst. Das kommt aber noch. Mit 2 Istgleichs prüft ihr einfach, ob die beiden gleich sind. Das heißt, ist 42 gleich 1337. Schauen wir uns das Ganze mal an. Es ist natürlich nicht gleich, aber wenn ich jetzt hier 42 einsetze, dann sollten die beiden ja irgendwie gleich sein. Das heißt, hier kommt TrueBuy raus. Das heißt, ihr könnt hier Vergleiche in Variablen speichern. Also ob Sachen gleich sind oder nicht. Da geht es dann auch noch ein bisschen weiter. Und zwar können wir auch noch größer als vergleichen. Das wäre dann zum Beispiel ein größer gleich hier. Wobei 42 natürlich größer gleich 42 sein sollte. Das heißt, wenn wir das jetzt ausführen, dann kommt hier auch wieder ein TrueBuy raus. Aber wenn ich jetzt hier dieses Gleich hinten dran weg mache, dann steht hier ein echt größer. 42 ist dieses 42 echt größer als das andere 42. Und das ist natürlich falsch. Achtet darauf, dass ihr hier auch statt diesen Zahlen direkt einzusetzen, könnt ihr auch zum Beispiel irgendwelche Variablen x und y oder sowas einsetzen. Das heißt, ihr könnt hier Vergleiche machen von Sachen, die ihr vorher errechnet habt und so weiter und so fort. Da kann man dann richtig komplizierte Dinge damit machen. Und das ist wunderbar. Okay. Ungleichheit kann man natürlich auch noch prüfen. Also kleiner als kann man prüfen, kleiner gleich kann man prüfen. Und dann kann man vor allem Ungleichheit prüfen. Also ungleich wäre mit so einem Ausrufezeichen vorne dran. Ausrufezeichen gleich prüft mir, ob die beiden Sachen verschieden sind. Sie sind nicht verschieden, weil sie sind ja gleich. Aber wenn ich jetzt hier eine 43 draus mache, dann werden sie natürlich verschieden und deswegen kriege ich hier ein True raus. Okay. Und die Sachen kann ich hier alle zwischenspeichern in meinen Bool'schen Variablen. Sehr praktisch. Brauchen wir auch ziemlich dringend. So. Jetzt muss man dieses Bullieren da nicht unbedingt immer reinpacken. Aber so sieht es dann etwas komisch aus. Also ihr könnt es auch so ausführen. Funktioniert genauso. Dieses Bullieren war einfach nur jetzt, dass ihr erkennt, dass es sich da um dann neuen Typen handelt. Also das wird dann tatsächlich in neuen Typen umgewandelt. Nämlich den Bullieren. Okay. Ihr könnt es aber wie gesagt auch einfach so dahin schreiben. Das passt schon. Aber besonders cool wird es, wenn ihr hier bedingt irgendwelche anderen Sachen zuweist. Also sowas. Wir machen das jetzt mal anders. Wir sagen hier war. X gleich. So. Und jetzt machen wir folgendes. Wir packen hier eine Bedingung rein. Die machen wir in Klammern, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Und sagen hier 42 gleich gleich 42. Falls das so ist, Fragezeichen. Falls das so ist, dann wollen wir folgendes machen. Wir wollen einen Wert, nämlich 42, in unsere Variable X schreiben. Falls dem aber nicht so ist, Doppelpunkt, wollen wir einen anderen Wert reinschreiben. Also zum Beispiel 1337. Semikolon, weil wir danach fertig sind. Cool. Schauen wir uns mal an, was jetzt hier reingekommen ist in unsere X-Variable. Und ja, das ganze Ergebnis ist natürlich 42. Denn 42 ist ja offensichtlich gleich 42. Hier können übrigens auch Variablen stehen. Und diese 42 wird dann eben reingeschrieben. Also wenn das Ergebnis hier true ist, dann kommt das erste direkt hinter dem Fragezeichen in die Variable X. Und falls es hier false ist, zum Beispiel hier ungleich, dann wird das Ganze nämlich false. Dann kommt der hintere Wert in die Variable, nämlich 1337. So, und wenn ihr das Ganze dann mit irgendwelchen dynamischen Sachen, zum Beispiel irgendwelchen Sachen, die der User eingegeben hat, oder irgendwelchen Sachen, die in eurem HTML findet, mit Strings oder sowas, könnt ihr natürlich auch Vergleiche durchführen. Gleich, gleich und ungleich geht alles. Dann könnt ihr richtig dynamisch irgendwelche Sachen machen. Das ist ziemlich cool. Okay, ja und jetzt seid ihr schon halb dabei. Jetzt haben wir schon fast unser If-Statement, beziehungsweise unsere If-Abfrage auf Deutsch. Die werde ich euch dann das nächste Mal zeigen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.